Was geht ab Leute, hier ist wieder euer Ramon Scott am Start und im heutigen Video habe ich einen coolen Unlimited RP Glitch für euch. Der Glitch funktioniert auch auf allen Konsolen und der ist nach dem letzten Hotfix 1.28. Geht aber auch auf dem PC und der Founder ist Glitch Diablo und Glitch Mayhem. Ich habe den Link in meiner Beschreibung und jetzt gehen wir auch gleich ins Video. Als erstes wollt ihr in irgendeine Capture Mission und dann wollt ihr einfach zu diesen Briefcases gehen. Dann nehmt ihr einfach mal 7. Wie gesagt nehmt auch nur 7, weil wenn ihr 8 nehmt ist es nicht wirklich ein Glitch. Also macht ihr einfach 7. Und dann geht ihr einfach wieder zurück an diese Position und bringt den einfach dorthin. Und dann kommt ihr wieder zurück und nehmen alle 8. Und wenn eure Mission so wie meine ausschaut, dann könntet ihr auch diese Clowns erschießen und könntet auch 25 RP pro Person bekommen. Und jetzt halt wenn ihr denkt es ist genug, könnt ihr einfach die Briefcases zurückbringen und ihr bekommt 800 RP. Und jetzt halt dann sage ich mal, dass ich an der Stelle raus bin, gebt mir ein Abo und ein Like und tschüss.